So, halt noch nicht. Noch eine Minute. So, wir müssen noch mal reinschauen, technische Probleme. Ah, das war falsch rum in der Kiste. So, Achtung, sind wir jetzt bereit? Also, der soziale Referent, Herr Scheller, gegen den Thomas Wendel von Kivaiz-Jumpen. Dreck ist frei. So, Applaus für die beiden. Die Grünen-Bänden, kommen jetzt mit einem Kumpelkopf, der soziale Referent, Scheller, eine nahe Länge voraus, aber auch auf der etwas kürzeren Bahn, aber sieht so aus, als hätte er eine Länge Vorsprung in der letzten Rechtskurve vor dem Ziel und von hier aus gesehen, jetzt das Ziel. Applaus für die beiden. Hallo. Das passiert jetzt gerade. Oh, ein Stück runter? Ja. Das ist ja, ich bin heute richtig. Dann bin ich von dir. Da geht's.